Berlin, Tempelhof, Mariendorf Ladies first, aber auch für Männer Hier fühlt man sich wohl, hier ist man entspannt Ladies first, Nails und mehr Wie entstehen die Nagelbilder? Die Ideen, man schnappt die so auf im Alltag oder man sieht irgendwo was, was man dann versucht nachzuarbeiten oder zu vervielfältigen Das ist richtig, mit einem ganz feinen Haarpinsel wird das mit der Hand gemalt auf die Nägel Das ist eine sehr aufwendige Geschichte und kostet viel Zeit Das ist jetzt Pinselmalerei, One Stroke Technik Das ist jetzt Airbrush Da wird Farbe in eine Pistole gefüllt Die wird mit Luftdruck ganz fein gesprüht, auf den Nagel genebelt oder aber auch ausgesprüht von der Schablone Das sind Klebeschablonen, die einzeln auf den Nagel gebracht werden und das Muster dann festzuhalten Mit Herz und Seele ist man dabei Der Kunde spürt die Berufung Fußpflege, Maniküre, Nails and more Liebe Kunden, wenn Sie diesen Film sehen und zu uns in den Laden kommen mit den Worten, ich möchte mich hier wohlfühlen belohnen wir Sie mit 10% Rabatt auf Ihre Behandlung Hier komme ich her Hier fühle ich mich wohl Musik 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 Musik